Wir sind immer noch auf der ISPO in München und wir sind jetzt am Stand von Laser. Laser hat ein paar nette Helme im Angebot und dieser Helm heißt Hoodie und das Schöne an diesem Hoodie ist, den gibt es in vielen schönen Farben und wenn einem die Farbe nicht mehr gefällt, dann schwappt man einfach hinten die Halterung für die Brille ab und schwuppdiwupp hat man einen brandneuen Helm und wenn einem die Farbe nicht gefällt, dann nimmt man einfach ein anderes Cover und die haben diese Cover in ganz verschiedenen Farben. Es gibt auch welche mit Holzmuster, also alle möglichen Sachen. Das Schöne daran ist, man ist nicht gebunden an seine Klamotten, das heißt man kann jedes Mal, wenn man sich eine neue Jacke oder sowas kaufen, muss man nicht gleichzeitig einen neuen Helm kaufen. Und das ist das Schöne daran. Also nächstes Cover holen, das kann man sich tatsächlich sehr relativ günstig erwerben, wieder draufpacken und dann ist der Helm quasi so gut wie neu. Frei von Kratzern, schöne neue Farbe und man kann darin wieder wunderschön fahren und man darf natürlich nicht vergessen, das Wichtigste auf der Piste, man begeht kein Modefauxpas. Wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, abonniert den Kanal, dann gibt es noch eine Menge weitere Videos von München.